Die Schulterübung Military Press oder Frontdrücken über Kopf genannt, leider auch hier. Oftmals falsche Griffweite, dazu noch mit viel zu viel Schwung ausgeführt, ohne Zielmuskelfokus und viel zu stark ins Hohlkreuz gefallen und den Stand nicht abgesichert. Die korrekte Ausführung, sicherer Stand, Griffweite richtig gewählt, ungefähr Handgelenke schulterweit, Ellbogen unterhalb der Gewichtsbelastung, kurz anhalten, ohne Umkehrschwung ausstoßen und kontrolliert in den Zielmuskel einarbeiten.